Ich bin Peggy Porschen, ich bin gebürtige Deutsche und ich bin in England als Tortendesignerin tätig. Ich stelle Hochzeitstorten her und unterrichte auch die Art des Zuckerkunsthandwerks. Ich habe heute eine meiner, wie soll ich sagen, meiner Signature-Technik gezeigt, meine Zuckerrose. Und wenn man die einmal drauf hat, da kann man viele andere Zuckerblumen drauf aufbauen. Und ich hatte heute sehr viele Anfänger im Kurs und einige haben noch echt sehr gutes Talent gezeigt. Und ich hoffe, dass sie mit Inspiration und was neuem Talent auch nach Hause gehen. Ich wollte Tortendesignerin werden und das gab es damals als Ausbildung nicht in Deutschland. Und in England gab es das und ich wollte immer gerne ins Ausland gehen und dann habe ich mir halt London ausgesucht. Ich habe damals bei einer Catering-Firma gearbeitet, die sehr viele High-Society-Events geführt hat. Und für die habe ich dann für Edden-Jean und Stella McCartney gearbeitet. Und dann viele Jahre später kam Kate Moss dazu. Und das kam deshalb, weil ich halt für eine ihrer guten Freundinnen, Stella McCartney, die Hochzeitstorte gemacht hat. Also ich muss sagen, es ist schon eine tolle Auszeichnung, ganz bestimmt. Aber wir versuchen schon jeden Tag immer unser Bestes zu geben. Und es ist egal, ob da ein ganz normaler Mensch wie du und ich herkommt oder ein Celebrity. Man ist, glaube ich, nur ein bisschen aufgeregter, wenn es dann auch ein Celebrity ist. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der eine Torte geschenkt bekommt und sich nicht freut. Das gibt es einfach nicht. Und das ist auch das, was mich zu diesem Beruf geführt hat. Ich habe seit dem 14. Lebensjahr für Freunde gebacken. Und durch diese Bestätigung, diese Freude, die ich immer zurückbekommen hatte, das hat mich dazu motiviert, das weiterzumachen und auch zum Beruf zu machen.